Hat Habeck hier etwa uns beleidigt, unsere Bevölkerung und zwar die Intelligenz der Leute unterschätzt oder möglicherweise sogar beleidigt? Diese Blitzmeldung geht gerade überall viral und ja, die Zensurkeule wird angeschmissen. Also schau dir das Video gerne bis zum Ende an, wenn es noch verfügbar ist, weil jetzt kommt tatsächlich die Zensurkeule. Überall werden Videos, ganze Kanäle gelöscht und deswegen unbedingt mal hier diese Seite deiner Startseite hinzufügen oder abspeichern, damit man hier einfach auch immer am Ball bleibt, weil das Problem ist, die Videos werden gar nicht mehr ausgespielt. Das ist echt krass, was wir vor den Wahlen jetzt alles erleben und natürlich ist das nur Verschwörungstheorie, aber man muss sich das mal überlegen. Kaum ist es jetzt so gekommen, dass wir Neuwahlen bekommen, schon sind die AfD-Videos, die darüber berichten, nicht mehr so häufig geklickt, nicht mehr so häufig aufgerufen und dabei weiß jeder, dass genau jetzt die wichtigste entscheidende Phase ist. Also ich bin echt mal gespannt, wie du das Ganze beurteilst, vor allen Dingen auch Habecks Aktion. Aber die Grünen haben tatsächlich möglicherweise sogar wieder eine Bevölkerungsschicht, komplett beleidigt möglicherweise, nach dem Motto, wer die Grünen nicht wählt, der ist einfach nur dumm, der hat es einfach nur nicht verstanden. Und eigentlich wären doch die Grünen die eigentlichen wissenschaftlichen Schaffenden. Das heißt, sie achten darauf, dass sie wissenschaftlich eben auch ihre Argumente hervorbringen. Und da kann ich wirklich nur sagen, bleib bis zum Ende dran, weil das ist wirklich kein Scherz. Bevor wir also zu Habeck kommen und wir einfach mal an die Intelligenz hier mal wieder ordentlich Backsteine wirft, ist doch tatsächlich folgende Ex-Ministerin hier einfach mal zu Wort gekommen. Das heißt, hier heißt es, Ostdeutsche wählen die Grünen nicht, weil diese zu Evidenz-based sind. Das heißt zu Deutsch, naja, die AfD ist in Brandenburg und in anderen Ländern nur deswegen so erfolgreich, weil sie mit den Verlustängsten der Bevölkerung spielt und die eigene Partei, nämlich die Partei der Grünen, ist eben zu wissenschaftlich und das ist der eigentliche Grund. Also vergiss mal die Gründe, dass die zu ideologisch sind, dass es irgendwie kein Hand und Fuß ist, dass gefühlt jeder Schornsteinfeger, jeder Malermeister, aber eben auch jeder Laie, so wie ich beispielsweise, komplett die Politik zerreißen kann in der Luft und das innerhalb von fünf Minuten. Das musst du dir mal vorstellen. Also alleine auch dieser AKW-Ausstieg, ne? Da musst du ja noch nicht mal dich tagelang, wochenlang damit beschäftigen, um zu verstehen, dass es absolut doppelmoralisch ist, bei den Franzosen zu dem AKW eben auch zu betteln darum und dann aber gleichzeitig die AKWs in Deutschland abzustellen. So, diese Frau hier, gehen wir doch mal ins Detail, hat doch einfach mal den Vogel abgeschossen und begründet das tatsächlich. Woran liegt diese Diskrepanz, dass auf der einen Seite geglaubt wird, eigentlich geht es uns ganz gut und dann dieses Wahlverhalten? Also erstens, ich muss ganz ehrlich sagen, uns geht es aktuell nicht gut. Also vielleicht der Elite geht es gut, die natürlich ganz nah an der Geldquelle sitzt, aber viele Bürger, die sind nun mal in der Situation, dass sie sich die Strompreise nicht mehr leisten können. Und dann hat sie sich tatsächlich hier auch in Brandenburg gerade auch das Ergebnis der Grünen und eben der AfD angesehen. Und hier heißt es, 85 Prozent der Menschen in Brandenburg seien anscheinend zufrieden. Das fand ich auch schon sehr interessant, weil auch da muss man sich dann wirklich fragen, ja, anscheinend ist ja denn die AfD doch nicht die Protestpartei und für die Unzufriedenen gibt es nur die AfD. Und wenn man sich die Ergebnisse in Brandenburg ansieht, weiß man natürlich auch, dass hier die AfD mit eines der Wahlsieger war. Ich glaube, es herrscht Angst im Land, heißt es hier. Es herrscht eine ganz große Verlustangst, heißt es weiter. Und im Hinblick auf über 40 Prozent für BSW und AfD hat sie hier eben auch das Ganze alles auf diese Ängste zurückgeschoben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die Grünen sind doch die eigentlichen Angsttreiber. Ich warte, wie viel Angst willst du denn der Bevölkerung eigentlich verbreiten und unterjubeln, wenn du immer wieder betonst, wenn wir jetzt nicht umlenken bei dem Thema Umwelt, dann werden wir alle bald nicht mehr da sein. Also ich glaube, da kannst du wirklich, da ist ja wirklich die Inflationsangst oder die Enteignungsangst ist ja dann deutlich geringer ausgeprägt als dieses permanente Hysterische, wir werden alle sterben, wenn wir dem Umwelt nicht huldigen, der Umwelt. Und wisst ihr, was das einfach so lustig macht? Und ich glaube, die Grünen wissen gar nicht, wie wissenschaftlicher Humbug sie da betreiben. Es ist tatsächlich so, dass die CO2-Belastung in den letzten Monaten sogar stark angestiegen ist. In den letzten drei Jahren wohlgemerkt. Das heißt, dort, wo ja eigentlich die Grünen in der Regierung sitzen, hat es nicht funktioniert, ihre Strategien. Und die wollen uns aber sagen, wenn ihr was für das Thema Umwelt wollt, dann investiert eure Stimme in unsere Partei. Aber dabei habt ihr es doch jetzt schon nicht hinbekommen. Also warum? Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, die Umwelt zu schädigen. Und ich würde mich jetzt nicht als grünen Umweltfanatiker bezeichnen. Das heißt, man sollte schon auf die Umwelt achten. Aber ich werde alles andere als grün wählen, weil dann habe ich ja Krieg. Dann habe ich ja im Endeffekt den ganzen CO2, der da durch die Munition, durch die Luft geknallt wird. Na, dann werde ich einen Teufel tun, euch zu wählen. Also wissenschaftlich hier um die Ecke zu kommen und auf der anderen Seite Grundprinzipien der Grünen über Bord zu werfen, das ist ja mal wirklich entweder eine Veräpplung und eine Beleidigung an die Intelligenz oder ist es einfach eine komplette Selbstüberschätzung. Also gerne mal deine Meinung zu den Grünen in die Kommentare schreiben. So, und Habeck setzt jetzt bei dieser Ministerin noch eins drauf, denn der hat tatsächlich auch wieder mal gezeigt, dass er von Wirtschaft, wie soll es auch anders sein, relativ wenig Ahnung hat. Ich muss mich korrigieren, gar keine Ahnung hat. Denn es ist tatsächlich so, dass du das mitbekommen hast mit Intel. Also Intel war ja tatsächlich unser Vorzeigeprojekt. Viele Milliarden hat anscheinend Intel hier als Förderung erhalten, damit sie hier eben Chipfabriken bauen. So ist das Ganze eben auch ganz wichtig für diese Halbleitertechnologie, dass man da eben nicht den Anschluss verliert. Und an sich wäre das ja eine tolle Sache. Allerdings ist dieses Intel-Projekt anscheinend komplett am Scheitern. Das heißt, es soll auch von mehreren Chip-Industrieunternehmen beispielsweise auch die Nachricht gegeben haben, dass sie erst recht sich nicht in Deutschland niederlassen. Und jetzt will, obwohl Habeck das sieht, dass diese Halbleiterunternehmen teilweise wieder überlegen, ihr Standort zu verlagern oder eben nicht expandieren wollen, überlegt er trotzdem einfach mal, weitere Milliarden investieren zu können. Da frage ich dich an dieser Stelle, was ist denn da eigentlich wirklich der Hintergedanke? Hat Habeck vielleicht nicht nur Greichen, sondern vielleicht irgendwie noch einen Halbleiterspezialist in der Familie oder in der Verwandtschaft oder was soll ich mir darunter jetzt vorstellen? Also wie kann ich so gutes Geld, schlechten Geld hinterherwerfen und mich damit auch dann noch wirklich vor das Publikum stellen und so tun, als wenn das alles toll wäre? Und habt ihr es mitbekommen, das war schon vor wenigen Wochen, war das die Nachricht des Tages, da hat Habeck dann auch noch groß beim Gaming-Sektor. Da hat er irgendwelche Spiele, hat er da irgendwie gefördert für Millionen, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, hat Habeck jetzt etwa einen Sohn oder was weiß ich oder einen Neffen, der ganz gerne mal zockt? Also wo ich mir auch frage, es ist doch eigentlich nicht mit gesundem Menschenverstand möglich, oder? Ich meine, die Handwerker sind landunter, die gesamte Industrie, die eben auch auf viel Energie sozusagen hier angewiesen ist, die ist landunter und der Mann, der hat anscheinend nur dafür Geld übrig, irgendwelche Gaming-Unternehmen zu unterstützen. Also ich weiß nicht, was das Ganze soll. Vielleicht war es Wählerfang oder irgendwelche anderen Pläne von den Grünen, die wissenschaftlich natürlich verargumentiert werden. Also dementsprechend unbedingt mal teilen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Aber das hier ist ja wirklich schon ein harter Topak. Jetzt sind es wieder die Deutschen und vor allem die Ostdeutschen, die die Grünen einfach nicht verstanden haben und dementsprechend einfach die falsche Partei, nämlich die AfD, gewählt haben. Ich werde echt verrückt. Das hier ist ja wirklich gut.